Wir sprechen heute über 20 Brettspiele. Und zwar nicht nur irgendwelche 20 Brettspiele, sondern 20 Brettspiele, die wir in eine Top 20 gewenkt haben. Genau, gespielt 2022. Natürlich nicht veröffentlicht 22, sondern gespielt 22. Wir haben also einen bunten Mix an Spielen, auch schon Spiele, die vielleicht etwas älter sind. Und vielleicht jetzt auch erst kennengelernt haben oder altbewährte Klassiker, die mal wieder immer wieder auf den Tisch gekommen sind. Und wichtig hierbei, es sind nicht immer unbedingt nur Spiele, die wir selber in der Sammlung haben, sondern sogar vielleicht auch schon woanders gespielt haben. Genau, also schauen wir mal zusammen rein. Hallo, hier sind die HAUSIS, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Ja, wir haben, wie schon gesagt, eine Top 20 zusammen, nein, nicht zusammen erarbeitet. Jeder, ich habe hier mal einen heimlichen Zettel gemacht. Mehrmals immer wieder umgeschmissen, die ganze Top-Liste. Und ich hoffe, jetzt habe ich es richtig. Ich hoffe auch, dass ich nicht, wenn Thorsten hier irgendwelche Spiele präsentiert und seine Begründung sagt, ich irgendwo doch mal weich werde und vielleicht meine Verziehung doch nochmal umhaue. Soll man dir einen Rotstift holen? Nein, ich habe meine Top 20 hier aufgeschrieben. Ja, ich möchte dazu aber auch sagen im Vorfeld, wir haben, uns ist aufgefallen, wir haben 2021 keine Top-Liste gemacht des Jahres. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwas war da, wir haben 2021 vergessen, irgendwie eine Top-Liste zu machen. Das heißt, wir haben jetzt nur die 20, ja, 20, die 20er, als ich es gemacht, 2020. Das war das letzte Mal, als wir gerankt haben. Also fehlt uns quasi ein Jahr. Das heißt, auf der Liste bei mir hätte ich eigentlich gerne noch andere Spiele draufgepackt, die wir gespielt haben. Aber die wir 2021 mehr gespielt haben, die hätte ich vielleicht 2021 auf die Liste gepackt. Aber es sind ja 2022 so viele neue Spiele dazu gekommen. Es war sehr schwierig mit meiner Platzierung. Und ich möchte dazu auch sagen, bei meiner Platzierung, bei mir persönlich ist es so, dass ich Spiele bevorzugt habe, die ich öfters gespielt habe. Aus diversen Gründen. Es gibt aber auch Spiele, die wir halt nicht so oft gespielt haben, die trotzdem in der Platzierung gekommen sind. Also ich habe es bei manchen Spielen, ich habe nicht, ich habe, glaube ich, nicht gleichmäßig und fair bewertet in meiner Top 20. Aber wir werden sehen, was wir gleich hier präsentieren. Bei mir hat vorwiegend das Spielgefühl gesiegt. Ja, das Spielgefühl kommt ja auch dazu. Das hat mit, das ist jetzt ja gerade, wenn das Spiel öfters gespielt wird oder man es im Regal stehen hat, das prägt einen. Wenn man ein Spiel jeden Tag im Spielregal sieht, es prägt einen. Kann man sagen, was man will. Und das fließt auch in so einer Bewertung ein. Wichtig ist auf jeden Fall hier ganz klar, solltet ihr den einen oder anderen Titel vielleicht vermissen, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass wir vielleicht auch diesen Titel gar nicht haben oder auch nicht gespielt haben. Oder nicht genug gespielt haben. Und vielleicht kommt hier aber auch der eine oder andere Titel, wo ihr sagt, was, was tut der denn auf so einer Liste? Denkt immer dran, so eine Liste ist immer subjektiv, die persönliche Geschmacksfrage. Genau. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Genau. Und nicht jedes Spiel, was mir gefällt, wird Tanja gefallen oder euch gefallen. Ja, ich kann mir schon denken, welche Spiele bei ihm auf die Liste gekommen sind und bei mir nicht. Aber ich lasse mich jetzt gleich überraschen. Ja, wie immer fängt man so eine Liste erst mal mit Spielen an, die erwähnenswert sind, die es aber leider aus diversen Gründen nicht auf der Liste geschafft haben. Ja, ich habe ein paar Spiele mir aufgeschrieben. Wir haben, ich glaube, Statistik haben wir jetzt vergessen, ne? Erst mal so ein bisschen Statistik. Ja, du wolltest direkt loslegen. Du merkst, du bist heiß, ne? Ja, ich will jetzt direkt, genau, ich will direkt, bevor ich mich wieder anders überlege. Aber wir kommen jetzt erst mal mit der Statistik. Wir haben 166 Spiele gespielt. Genau, wir sind in Summe auf circa 256 Stunden Spielzeit gekommen. Fühlt sich für mich oder hört sich für mich jetzt erst mal groß an. Wenn man die Kurve sieht, in welchem Moment wir welche Spiele gespielt haben, dann kann man auf jeden Fall feststellen, dass wir im Juli, August, September, Oktober, also da, wo quasi die großen Messen und Berlin-Con oder sowas waren. Und die Treffen. Und die Treffen waren, Hof Moddenburg und wie es an den hießen, dass wir da viel mehr gespielt haben als zum Beispiel im Juni oder im März. Ja, das ist auch jahreszeitabhängig. Dieses Jahr ist man ja auch ein bisschen mehr unterwegs gewesen, wieder raus gewesen. Kommt ja auch noch dazu, dass man vielleicht ein bisschen weniger gespielt hat als in dem Jahr davor, würde ich vorsichtig sagen. Ich weiß, dass das Jahr davor nicht, aber ich glaube, gefühlt haben wir dieses Jahr ein bisschen weniger gespielt. Ja, auf jeden Fall, weil du gerade ja die 166 Spiele gesagt hast, vielleicht auch da interessant, zumindest für mich. Und ich denke, in vielen Teilen dieser Spiele wird es für dich das Gleiche sein. 137 von den 166 sind Neuzugänge gewesen. Spiele, die wir neu kennengelernt haben. Okay, ja, dann würde ich einfach mal sagen, jetzt haben wir genug Statistiken gewälzt. Vielleicht kommt gleich hier und da noch, ja, klar kommen Statistiken. Und ich würde sagen, wir legen mal los, damit das hier nicht zu lang wird. Und ihr seid bestimmt schon gespannt. Sollen wir erst mal, wer fängt denn zuerst an? Ja, du. Ich fange zuerst an. Ich gucke mal auf meine Liste. Okay, dann fangen wir doch mal mit den besonderen Erwähnungen an. Ich habe auf meine besonderen Erwähnungen, habe ich Spiele, die es nicht geschafft haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut, ich bin bei... Oder 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich habe irgendwie am Ende doch noch Panik gekriegt und wollte doch noch was dazu kriegen. Hab aber, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ein Spiel in meiner Erwähnung, die nicht in meiner Top 20 gelandet ist, was ich besonders hervorheben möchte, das ist Dragon Quest von Queen Games. Wir haben es viermal gespielt, waren epische Runden und, ja, hatte eigentlich sehr viel Spaß bei dem Spiel und ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen. Und, ja, warum hat es nicht in meine Top 20 gereicht? Ist jetzt eine gute Frage. Es war schwierig. Es ist halt so, dass ich dieses Spiel gerne spiele, aber wir haben ja da diese Player Elevation drin. Und das ist immer so ein kleiner Punkt, wo ich sage, ja, es kann Spaß machen. Es kann aber auch, wenn man jetzt zu viert spielt zum Beispiel, kann es schon für eine Person ein bisschen ärgerlich werden. Und das ist immer so eine Sache, packe ich das Spiel jetzt auf meine Top 20 oder sage ich, aus dem Grund vielleicht, weil halt dann doch jemand dabei sitzen kann und vielleicht ein langes Gesicht machen kann, ist mir jetzt nicht passiert, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich war ja nicht betroffen. Aber, ja, warum habe ich es denn eigentlich nicht? Ja, das ist ein Titel. Ihr fängt es doch schon an. Es ist eigentlich ein Titel, hätte ich eigentlich Spaß gehabt. Wir haben vier Partien gespielt. Warum habe ich es nicht in meine Top 20? Ich weiß es nicht. Warum habe ich es nicht in meine Top 20? Ich kann euch das nicht sagen. Ich weiß nur, dass es sich auf jeden Fall in meine Liste gepackt hat, weil ich es erwähnen wollte. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht in die Top 20 gepackt habe. So, das war jetzt mein erstes Spiel, welches ich besonders hervorheben möchte, weil es uns Spaß gemacht hat. Es hat mit Drachen zu tun. Ich liebe Drachen. Und auch wenn wir natürlich da einen Drachenschatz wollen, der Drache nicht so zufrieden ist damit, klar, seine Schergen uns nach uns schickt, was natürlich auch ärgerlich sein kann. Man kann sich gegenseitig ärgern. So was bevorzuge ich ja auch bei Spielen. Also warum habe ich es nicht in die Top 20? Wäre eigentlich eine Top 20 fähig gewesen, ja. Aber gut. Sollen wir noch mal Pause machen? Und du würfelst deine Liste noch mal über den Haufen? Nein, ich habe es jetzt. Meine Liste steht. Das erste Spiel, was ich besonders erwähnen möchte, weil ich es gerne mitspiele. Gut, ich habe eine kleine lobenswerte Erwähnung. Ist ein Kickstarter, der erst kürzlich erfolgreich abgeschlossen worden ist. Okay. Die Rede ist von Duke in Danger. Ein richtig schönes kleines Kartenspiel vom lieben Noel, der da sehr viel Herzblut in sein Projekt steckt. Und wir das Glück haben, ihn halt irgendwie über die verschiedenen Spiele-Messen immer wieder mal gesehen zu haben, immer wieder den aktuellen Entwicklungsstand gesehen zu haben. Ja, kann mich noch daran erinnern. 2021, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Richtig, genau. So auf einem ganz kleinen Tisch, nur der nackte Tisch bei dieser Entwicklerhalle, sage ich mal. Und dann später jetzt, wenn man den in dem Bericht gesehen hat, für die 2022er Messe, richtig toller Dschungel, den er da aufgebaut hat. Ja, stimmt, ja. Und so viel Energie, wie er in den Stand gestellt hat, hat er auch in die Kampagne gesteckt und in sein Spiel gesteckt. Wir haben dann ja auch das eine oder andere mal mit ihm spielen können, das Spiel, und uns einen Eindruck dazu erwecken können. Ich mag es, freue mich, dass die Kampagne erfolgreich abgeschlossen worden ist, so erfolgreich vor allem. Und freue mich einfach darüber. Und warum ist es halt nicht auf die Liste gekommen? Einfach, weil wir es nicht oft genug gespielt haben. Und eben halt, weil wir in Anführungsstrichen mit Prototyp-Material gespielt haben, wo wir nicht immer so am Anfang wussten, ist es hundertprozentig jetzt schon soweit richtig. Die letzte Version war ja schon tatsächlich nahezu das verkaufsfertige Objekt. Ja. So was man Eindruck haben konnte. Und so erfolgreich wie jetzt die Kampagne war, habe ich gesehen, es kommen ja sogar jetzt noch hochwertigerer Karten. Oh, das ist doch schön. Ja, eine gute, lobenswerte Erwähnung. Ja, dann mache ich doch mal weiter, da ich ja auch noch ein paar Spiele habe auf meiner Liste. Das nächste Spiel, was ich lobenswert erwähnen möchte, ist die Abenteuer des Robin Hood. Ist ein Spiel, was wir, wir haben es glaube ich nur einmal gespielt in dem Jahr, was wir noch nicht durchgespielt haben. Was ich aber besonders erwähnen möchte, weil ich mag, klar, ich mag die Grafik, ich mag auch diesen, ja, dieses Spiel, das man einfach loslegen kann. Das finde ich so schön an dem Spiel. Man macht es auf dem Tisch. Und wir haben es gespielt. Ich weiß noch, ich wollte irgendein Spiel spielen, was mich nicht zu sehr fordert von der Anstrengung her, weil ich glaube, da war ich gerade krank, erkältet gewesen oder was. Und da wollte ich irgendwas Leichtes wieder zum Einstieg spielen. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns ein Spiel spielen, was einfach, was man auf dem Tisch macht, ohne irgendwie große Regellernung und wie auch immer. Und da kam das wieder auf den Tisch und es hat wieder richtig schön Spaß gemacht. Und deswegen, also eine lobenswerte Erwähnung, weil ich es gerne spiele und ich natürlich gespannt bin, wie das Ganze weitergeht. Und mir gefällt einfach, es ist schnell loszuspielen. Das ist das, was mir eigentlich besonders auch an dem Spiel gefällt. Ja, möchte ich auf jeden Fall mit dir auch weiterspielen. Bin gespannt, wie dann später die Erweiterung und die herausgekommen ist, funktioniert. Ja, sehr schön. Ich habe noch was Kleines, was ich erwähnen möchte, was wirklich Kleines. Okay. Der liebe Dennis, der Gigi hat uns das nämlich vorgestellt als Mitbringsel quasi, als wir ihn zum Spieleabend hier hatten. Und die Rede ist von Mintworks. Hübsche kleine Metalldose. Wir spielen quasi aus einer Pfefferminzdose heraus. Und warum gefällt mir das tatsächlich so gut? Dass ich sage, das möchte ich erwähnen. Einfach, weil es wirklich klein ist. Für die Kleine halt. Aber tatsächlich ein Workerplacer ist, der eine gewisse Spieltiefe tatsächlich irgendwo hat. Wo ich sage, schnell erklärt, schnell aufgebaut, schnell gespielt. Und so, dass man vielleicht auch tatsächlich dann auch Grund, weil man auch wirklich nur sieben Siegpunkte benötigt, was sehr schnell gehen kann. Vielleicht sogar auch eine zweite oder vielleicht so eine dritte Partie hinterher gespielt werden könnte, ohne dass man die Zeit wirklich merkt. Und das hat mich positiv überrascht. Warum ist es jetzt aber nicht auf die 20 Plätze top gekommen für 22? Einfach, weil es vielleicht wirklich, das muss man allgemein mal sagen, dieses Jahr ein verdammt starker Jahrgang gefühlt war, wo ich wirklich so viele neue Eindrücke sammeln durfte, wo ich sage, Mensch, wie kriegst du die denn alle tatsächlich wirklich unter? Und da ist das Kleine dann auch, finde ich aber trotzdem erwähnenswert, eine lobenswerte Erwähnung. Ja, das ist so. Manche Spiele sind in der Zeit, weil halt so in den letzten Jahren halt immer bessere Spiele auf den Markt gekommen sind oder man immer bessere Spiele gespielt hat in der letzten Zeit vor allen Dingen, da sind halt viele Spiele nicht in der Top 20 gekommen, die es eigentlich trotzdem hätten wert sein können, wie du auch schon sagst, weil man einfach viele gute Spiele hat. Und das ist schwer. Also ich glaube, ich hätte lieber statt einer Top 20, hätte ich lieber eine Top 50 gemacht. Ich hätte sogar eine Flopliste, wobei wir machen ja sowas nicht, aber ich hätte sogar eine Flopliste zusammen. Mit Top 10 Flops könnte ich zusammenschreiben aus unseren Spielen, die wir gespielt haben. Wir haben ja auch viele Spiele gespielt, die uns gar nicht gehören oder Spiele, die wir gar nicht sonst spielen würden, die wir halt mitgespielt haben. Dadurch, dass man jetzt halt mal mit anderen Menschen auch zusammengekommen ist, hat man die Gelegenheit, auch mal Sachen zu spielen, die man vielleicht nicht auf seinem eigenen Repertoire als Fokus hat. Genau, und da hat man halt teilweise auch Spiele gehabt, die halt bestätigt haben, dass man die nicht spielen möchte. So, jetzt will ich nicht zu sehr abschwenken. Jetzt gehe ich zu meinem nächsten Spiel, was ich auf meiner Liste habe. Und zwar habe ich, das ist ja schon ein etwas älteres Spiel, was wir aber auch, ja, wir haben es auf einer Großartsparty, haben wir es gespielt mit mehreren Leuten. Ich bin gespannt. Ja, und zwar Privacy. Aha, okay. Es ist eine lobenswerte Erwähnung, weil wir haben es in einer großen Runde gespielt und man kann wirklich die Menschen einschätzen oder kennenlernen ein bisschen oder seine Einschätzung bestätigen oder nicht bestätigen. Also ich finde, es hat eine lustige Runde gegeben, was wir da gespielt haben. Und deswegen will ich es einfach erwähnen, weil ich richtig Spaß hatte bei dem Spiel. Oh, prima. Ja, Spaß hatte ich daran auch. Das stimmt wohl. Woran ich Spaß hatte, und das war jetzt allerdings mit Piracy gegenüber kein Partys, sondern tatsächlich ein etwas, ja, größeres Spiel hätte ich fast gesagt. Größe von der Menge, was man da machen kann. Man musste sich erst mal reinfuchsen. Wir haben es kennengelernt in Stur. Schöne liebe Grüße. Die Rede ist von Altiplano. Ah ja, das ist auch süß, ja. Also Tanja und ich, wir durften da dann mal durch Carsten und Tanja kennenlernen, Altiplano für uns mal so eine Bildungslücke schließen. Ist ja ein älteres Spiel, glaube ich, mittlerweile auch schon. Wo ich hier und da schon das gehört habe, das ist schön, das ist gut. Aber irgendwie ist es so, wenn man jetzt heutzutage mal irgendwie YouTube und andere Instagrams durchwählt, fällt es da gar nicht mehr auf. Und ich frage mich eigentlich, warum. Ich finde das Spiel jetzt so aus der Erstpartie heraus sehr interessant und würde mich gerne über weitere Partien freuen und könnte mir sogar vielleicht vorstellen, dass es vielleicht sogar auch bei uns in die Sammlung einzieht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein süßes Spiel und ich verstehe schon, dass du es extra noch erwähnt hast. Ja, schönes Spiel. Ja, dann geht es bei mir weiter. Ein Spiel, jetzt werden viele vielleicht aufjammern, die das Spiel noch nie gespielt haben. Und zwar ist es jetzt Secret Hitler. Es ist kein Pro-Hitler-Spiel. Es ist ein Spiel, wo man die Abgründe der Menschheit dargestellt bekommt quasi. Es ist ein lehrreiches Spiel. Man lernt Menschen am Tisch kennen, die man vielleicht vorher gar nicht gekannt hat. Man schätzt Leute ein oder denkt sie zu kennen und auf einmal kennt man sie doch nicht. Und dieses Spiel finde ich, ja, es ist ein sehr lustiges, partylastiges Spiel. Also wir haben viel gelacht. Ja, das stimmt auch nicht. Und an dem Tisch. Und auch wenn es natürlich ein ernstes Thema hat, man muss ja sagen, geschichtlicher Hintergrund, brauche ich ja jetzt nicht viel zu sagen, ist es natürlich ein Thema, wo man aber auch dann, ich sage mal, wenn man das mit jungen Leuten spielt, zeigen kann, wie manipulativ die Menschen sein können. Also dass es manche Sachen gibt in der Gesellschaft, wo man genauer hingucken sollte. Und das Spiel zeigt es auch so ein bisschen, dass man wirklich nicht, nicht jeder, der einlächelt, ist vielleicht dein Freund. Und das Spiel zeigt es auch ganz schön. Also man muss wirklich genau aufpassen bei dem Spiel. Ja gut, liegt natürlich damit zusammen, dass es ein Social-Deduction-Spiel ist. Also man hat relativ wenig Material auf dem Tisch. Das ist kein klassischer Bredsch, sondern eben halt eins mit versteckten Rollen. Und wo man, wie du schon sagst, gegenseitig sich ausloten muss und kennenlernen muss, welche Fraktion gehörst du jetzt an? Bist du jetzt eben halt der Faschist oder bist du tatsächlich sogar der Herr Hitler oder bist du eben halt ein anderer Mensch? Und ja, also dementsprechend, das Thema ist leider natürlich ein bisschen bei uns in der Gesellschaft ein bisschen brenzlig. Aber nichtsdestotrotz ist das ein gut funktionierendes Spiel. Ist ein gutes funktionierendes Spiel und es zeigt vielleicht auch wirklich so ein bisschen, ja, es zeigt halt etwas auch, wie auf das man aufpassen muss einfach. Mhm. Ich habe jetzt noch einen kleinen Titel drauf. Lustigerweise haben wir den jetzt in zwei Jahren genau zweimal gespielt. Zwar einmal immer genau auf Hof Moddenburg. Okay. Deswegen möchte ich das kurz einmal nur loben, es wird erwähnen, einfach weil es ist mittlerweile für mich eine kleine liebgewonnene Tradition geworden. Die Rede ist von Furcht und Adel. Ist ja auch ein älteres Spiel. Ich habe, oder wir haben es ja auch in der Sammlung, ist sonst bei uns schon ewig nicht mehr gespielt worden. Und ich musste beim letzten Mal wieder auch feststellen, als wir das Spiel am Tisch hatten und neue Leute mitgespielt haben, dann auf Hof Moddenburg, dass einer so einen hübschen Spruch brachte, der sagte, Mensch, ich hatte das Spiel auch zu Hause. Ich verstehe gar nicht, warum ich das so lange nicht mehr auf den Tisch gebracht habe. Aber ja, und die Frage ist, finde ich tatsächlich berechtigt. Wir haben ein kleines bisschen Social Didaction mit drin, vielleicht, weil es darum geht, jeder zieht verdeckte Rolle und kann dann seine Fähigkeit nutzen und legt danach dann eigentlich ziemlich simpel entweder zwei Goldstücke ein oder er baut eine Karte aus seiner Hand aus. Und ich fand es jetzt auch wieder mal mit acht Leuten zur Eröffnung eines Spielewochenendes richtig toll. Und ja, ich bin vielleicht da, was das angeht, so ein Mensch, der Tradition mag und das darf gerne auch vielleicht dieses Jahr, wir sind ja 2023, wir in Hof Moddenburg wieder sind, darf es gerne wieder auch vielleicht als erstes Spiel des Wochenendes auf den Tisch kommen. Da wäre ich auch sehr für, Tradition, ja. Also das passt wirklich, wie du schon sagst, es ist ein Spiel, was leider irgendwie unterm Radar liegt, weil es halt schon älter ist, aber man immer wieder Spaß mit hat. Also ich habe es spät kennengelernt, erstes Spiel und macht mir aber auch Spaß. Und vor allen Dingen, weil man es in einer großen Runde spielen kann, finde ich das richtig toll. Ja, auf jeden Fall. Ja, das nächste Spiel auf meiner Erwähnungsliste, wir müssen mal ein bisschen schneller hier werden, ist Seven Wonders Architects. Ist ein Spiel, das haben wir dreimal gespielt in diesem Jahr nur, aber was mir an dem Spiel halt besonders gefällt, es ist schnell gespielt, es braucht nicht viel aufzubauen, es ist schnell erklärt und deswegen ist es auch ein Spiel, was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, weil ich das jederzeit mitspielen würde und man kann es halt mit Spielern und mit Nichtspielern spielen und das ist sehr flexibel, finde ich. Und das ist auch ein Spiel, was auf jeden Fall deswegen auch bei uns im Regal bleibt, auch wenn es vielleicht, wenn man es zu oft spielt hintereinander, vielleicht irgendwie von der Anforderung für unsere Eins vielleicht ein bisschen zu niedrig sein kann, weil es halt auch doch leicht ist, aber es ist halt einstiegsfreundlich und wenn man irgendjemanden da hat, der vielleicht nicht so spielaffin ist, dann kann man ihn vielleicht so ein bisschen reinlocken zum Spielen. Also mir gefällt das Spiel und deswegen bleibt es, oder deswegen ist es auf meiner Sonderliste quasi. Darf auch gerne bleiben, gerade wenn du schon sagst, ich finde es sehr schön, wenn man es mit wenig Spielern oder Nichtspielern will ich nochmal was anderes spielen möchte als die gewohnten traditionellen Spiele. Genau. Ich habe noch eine lobenswerte Erwähnung und zwar die Rede ist von Challengers. Wir haben es, warum lasst du? Nix. Wir haben es einmal gespielt, tatsächlich auf dem Brettspielwochenende in Monnenburg und meine Meinung teilt sich mit der vielleicht des einen oder anderen auch, der sagt, entweder man mag es oder man hasst es. Und ja, ich kann das schon verstehen, warum. Ich gehöre zur Fraktion, die es mag. Schnell gespielt. Es ist eigentlich relativ leicht, simples Spiel, wo man so ein bisschen minimal sein Deck verbessern kann und dann einfach nur mit einem gegenüber sitzt und sich gegenseitig mit den Karten auf die Ohren haut, auch buchstäblich und zu gucken, wer ist der Stärkere. Was mir bei den Spielen so gut gefallen hat, ist tatsächlich einfach mit diesen aberwitzigen Karten, wo man sich quasi thematisch in einem Park irgendwie um die Flagge kloppt, dass man so ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie beim Speed-Dating, so stelle ich mir Speed-Dating vor. Wir haben acht Plätze, wir haben mit sechs Leuten gespielt und im Prinzip nach anderthalb Minuten, zwei Minuten ist ein Kampf vorbei und schon wechselt man wieder den Platz mit dem Nächsten, so was also da viel Bewegung war und ich kann mir sehr gut vorstellen, so dieses ist auch eine Art Spiel, was man vielleicht zum Kennenlernen auch gut spielen kann, wenn man mal irgendwie in eine andere Runde kommt und man mal sich ein bisschen besser dabei kennenlernen möchte. Ja, ich musste deswegen lachen, du hast bestimmt hier auf meine Liste geguckt, du hast bestimmt auf meine Zelle geguckt, weil ich habe es nämlich auch draufstehen, Challengers. Etwas weiter oben, ich wollte es nachher erst nennen, aber ja, es ist bei mir auch drauf. Einmal, ja, wir haben es nur einmal gespielt, wie du sagst, aber es war halt eine lustige Runde und ich brachte ziemlich weit hoch. Ich war an zweiter Stelle, finde ich ganz gut bei so einem Spiel. Ich habe lustigerweise, das glaube ich, das war das erste Mal, ich habe nie irgendwie, früher oder so, gab es bei mir im Bekanntenkreis halt nicht diese Möglichkeit, ich hatte nie irgendwelche Turnierspiele in den Karten wie Magic, was auch immer, ich habe sowas nie gemacht. War quasi für mich das erste Mal so eine Art Turnierspiel mit so einem Karten, wo man schnell wechselt und dann ist der nächste wieder. Das war für mich das erste Mal quasi so ein Turnierspiel und fand ich einfach interessant, hat mir Spaß gemacht. Es war spät am Abend und irgendwie hat man, man wurde ja so wieder ein bisschen wach, weil man ja dauernd den Platz wechseln musste, außer du, du hattest, glaube ich, ein Glück. Ich hatte, genau, es gibt eine Karte, Platzkarte, der darf immer sitzen bleiben, das war dann ich. Der hat das Glück gehabt. Und ich glaube, wir haben es zu sechs, glaube ich, gespielt. Wir haben es zu sechs gespielt, genau. Und es war eine richtig lustige Runde, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es gut. Ich würde jederzeit mitspielen, wenn man da die Möglichkeit hat, vom Platz her, also wenn man mit mehreren Leuten spielt und man wechselt dauernd, da braucht man natürlich die Möglichkeit irgendwie auch. Aber es ist halt ein Spiel, ich spiel es gerne wieder mit. Dann hau du mal den nächsten raus. Ah ja, genau, ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch zwei weitere. Einen habe ich noch. Ach, du hast auch noch einen. Dann liest du, dann hast du Challengers bestimmt dazwischen. Nein. Hast du da stehen, Challengers? Jetzt muss ich mal hier gucken. Okay, du hast es da stehen. Gut. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist, das haben wir viermal gespielt. Und ich habe es einmal mehr gespielt, wir haben es fünfmal gespielt. Also ich habe es fünfmal gespielt, wir haben es zusammen viermal. Und zwar Star Wars, Jabba's Palace. Palace, Palace. Palace. Ich sage es immer falsch. Das ist ein Love Letter-Spiel aus dem Love Letter-Universum. Das Original Love Letter haben wir nie gespielt. Wir kennen jetzt halt nur diese Variante. Es ist ein Spiel, ich habe eigentlich gedacht, ja, das kommt bestimmt in meine Top 20, weil ich es gerne spiele. Ich spiele es jederzeit gerne mit. Wir haben es auch in verschiedenen Besetzungen gespielt. Aber warum hat es jetzt letztendlich nicht in meine Top 20 geschafft? Einfach aus dem Grund, dass ich eine Spielpartie quasi hatte, wo wir mit mehreren Leuten am Tisch gesessen haben. Wir haben sonst immer zu zweit, zu dritt und zu viert haben wir es sonst gespielt. Und wir haben es dann einmal, habe ich es mal, ich glaube, zu fünf oder zu sechs gespielt. Ich glaube, fünf waren wir. Und irgendwie war das Spielen am Tisch, es war nicht diese Stimmung, die man sonst hatte bei dem Spiel. Und das hat mir so ein bisschen, so ein bisschen das Spiel, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Spiel lag, weil wir halt dann fünf Leute waren. Vielleicht ist die Idealspielerzahl bei dem Spiel wirklich zwischen zwei und vier. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel kennt, schreibt mal in die Kommentare, mit wie vielen Leuten ihr das bevorzugt spielt. Also zwei kann ich mir schlecht vorstellen, würde ich jetzt nicht zu zweit spielen wollen. Haben wir doch schon oft das gemacht. Also ich mag es doch zu zweit. Da gibt es nämlich Titel, die ich dann nicht bevorzuge. Ja, aber ich, wie gesagt, zu zweit hat es mir trotzdem mehr Spaß gemacht, als halt in dieser Fünferrunde. Und ja, und deswegen ist es nur auf meine Erwähnung, weil ich es ja eigentlich trotzdem gerne mag. Ich mag das Material, dieses kleine Säckchen, wenig Spielmaterial, kurze Spielregeln. Mag ich eigentlich total. Aber es hat halt nicht auf die Platz 20 gereicht. Okay. Wundert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass du das unter Umständen an dieser einen Partie ausmachst. Ja, es ist schwierig, ist das. Ja, ich weiß. Ja, weil ich nicht genauso weiß. Okay. Ja, wonach soll man bei einer Platz 20 oder wie soll man bei einer Platzierung, wenn man so viele gute Spiele gespielt hat, wie soll man entscheiden, warum ein Spiel jetzt nicht in eine Platzierung kommt? Es ist schwierig. Wie gesagt, es war schwer. Es war schwer. So, und das andere Spiel, ach, du hast ja noch eins, ne? Ja. Ja, ein Spiel, was wir bisher auch leider nur einmal zeitlich spielen konnten. Ja. Deswegen ist es halt auch jetzt nicht in die Top 20 kommen, sondern nur auf die lobenswerte Erwähnung. Aber woran hat es gelingen, dass es lobenswert erwähnen möchte? Es ist die Geschichte, die erzählt wird. Die finde ich total geil. Okay. Und zwar die Rede ist von Familia Tales. Ja, ein süßes Spiel. Es ist ein kleines Deckbuilding, wir haben Storytelling dabei, wir haben eine App, die uns voll vertont eine Geschichte erzählt, ohne jetzt auf Details einzugehen. Was wir bisher erlebt haben, macht euch da selbst einen Eindruck drauf. Aber wir haben halt einen Magier, so viel kann man verraten, der uns als seine Vertrauten, da haben wir den Gribbert als Kermit, der Frosch, vergleichbare Figur, die dann zweibeinig mit langen Bogen und langer Zunge durch die Gegend läuft. Wir haben einen Steingolem, wir haben Fünkchen, eine kleine Fee, die so ein bisschen mit Flügeln durch die Gegend fliegen kann. Und wir haben einen Fuchsgeist. Genau, den ich spiele. Den du spielst. Der meckert immer. Ein Meckern auf dem Geist. Gemeinsam sind wir halt dann tatsächlich im Auftrag des Magiers halt in den Landen unterwegs, um Aufgaben zu erfüllen. Mir gefällt das Material, aber am allerschönsten ist die Geschichte, die erzählt wird. Ja, ist ein sehr schönes Familien-Ding. Also auf jeden Fall. Wenn man sowas gemütliches, familiengerechtes spielen möchte am Abend, wo man einfach nur was Liebes, Liebesvolles spielen will, ist es auf jeden Fall ein schönes Spiel. Also es ist jetzt kein Dungeon-Crawler wie Gloomhaven oder irgendwas, wo man wer weiß, wie dicke, tolle Mechaniken hat oder wer weiß, was brutales, finsteres Mittelalter-Setting hat, sondern es ist, wie du schon sagst, familiengerecht. Wenn man sich darauf einlässt, auch als Vielspieler, kann man, glaube ich, da eine echt schöne Zeit mit haben. Und ich freue mich auf die nächsten Partien. Wir müssen unbedingt schauen, dass es wieder weiterkommt. Ja, also es ist auf jeden Fall ein süßer Titel und ich verstehe ihn, dass du ihn erwähnst. Ja, was habe ich denn? Ich habe auch noch ein Spiel auf meine Erwähnungsliste und zwar ist es Top Ten. Oha, wir haben es dreimal gespielt. Es waren epische Runden. Es waren sehr lustige Runden. Vor allen Dingen die eine Runde ist mir noch sehr gut im Kopf, wo alle rumgeschrien haben. Es war das Spiel doch, wo wir rumgeschrien haben. Ihr vor allen Dingen und der Nico dann einmal durch die Gegend geflitzt ist, mittendrin springt auf und rennt weg. Und ich denke, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also das sind so Sachen, das Spiel ist auf jeden Fall in guter Erinnerung gewesen. Es war halt eine richtig tolle Zeit, was wir damit gemacht haben. Warum hat es nicht in die Top 20 geschafft? Ja, es ist so ein Partyspiel, was man wirklich in einer größeren Runde spielt. Und wir spielen öfters halt dann doch zu zweit oder zu dritt. Das ist eigentlich unsere meiste Gruppenzahl. Und das Spiel lebt einfach davon, dass man halt mit mehreren Leuten spielt. Und deswegen ist es bei mir halt nicht in die Top 20 gerutscht. Wobei vielleicht aber auch Top Ten ein gutfutzendes Spiel ist. Was aber sehr stark, glaube ich, abhängig ist von den Leuten, die am Tisch sitzen. Wenn du jetzt nur introvertierte Menschen hast, die ruhig in sich gekehrt sind, die vielleicht eher ein klassisches Euro-Game-Worker-Placement, jeder spielt für sich was macht, was auch Spaß macht, ohne Frage, die werden vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, wie du schon sagst, auf einmal einer aufspringt und sich die Gegend läuft oder auf einmal einer anfängt laut zu schreien wie am Spieß. So hast du dann auch einen Passant fragt, brauchen sie einen Notarzt? Ja, das stimmt. Das war bei dem Spiel. Also, ja, natürlich. Ja, gut. Dann, wenn man nur so introvertierte oder ein, zwei Personen dazwischen hat, die ein bisschen introvertierter sind, die werden damit vielleicht nicht so einen Spaß haben, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand dabei ist oder nur Leute dabei sind, die auch aus sich rausgehen und auch kein Problem, sich zum Horst zu machen. Ja, aber es wäre natürlich auch ein Titel, wie gesagt, hätte auch immer in der Top 20 gepasst. Aber Top 20, es sind ja nur 20 Plätze, also wir haben da nicht so viele Möglichkeiten. Hast du noch eins oder sind wir damit fertig? Nein, ich bin durch mit den lobenswerten Erwähnungen. Dann wollen wir doch jetzt in unsere Top 20 Brettspiele vom letzten Jahr, also von 22, reinschauen. Jetzt haben wir genug Spiele schon erklärt. Ihr habt gesehen, wir haben einiges gespielt, was uns auch gefallen hat. Und jetzt kommen wir mal auf den, ja, auf den 20. Platz. Wer möchte anfangen? Fangen wir erst du? Fangen, fange ich an. Ja, mein 20. Platz ist ein Spiel, das haben wir zusammen dreimal gespielt. Wir hatten erst einen Prototypen da, mit dem wir gespielt haben. Und hinterher, ja, mittlerweile haben wir auch das richtige Spiel da. Und ich habe es auch alleine solo gespielt, im Solo-Stream. Und zwar ist es Zwergendorf von der Rita Murdel. Ja, kleines, süßes Spiel. Ja, wir sind, wir sind quasi, wir bauen unser Zwergendorf und zeichnen quasi auf einen Block. Es ist ein Draw and, Flip and Draw? Flip and Draw war das, ne? Genau, Flip and Draw ist das. Also wir spielen mit Karten, decken die auf und zeichnen uns quasi Ressourcen oder Gebäude etc. ein. Und ja, wer am Ende die meisten Punkte halt bei dem Spiel hat gewonnen, ist ein sehr süßes, kleines Spiel, was ich so gar nicht vom Cover her erst gar nicht so vermutet habe. Dass es mir wirklich so Spaß macht, weil der Cover sehr, sehr außergewöhnlich ist. Hätte ich nicht gedacht, wäre ich vielleicht dran vorbeigegangen im Regal, weil es halt so speziell ist. Meinst du jetzt diese Gartenzwerg-Optik? Ja, genau, diese Gartenzwerg-Optik. Lass dich davon nicht abschrecken. Nein, lässt euch davon nicht abschrecken. Also es ist halt ein besonderer Stil, ein besonderes Zeichensstil. Aber wie gesagt, ich wäre erstmal, glaube ich, dran vorbeigegangen. Aber es spielt, es macht Spaß. Wir haben es in verschiedenen Runden gespielt und wie gesagt, ich habe es auch solo gespielt. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ja, deswegen mein Platz 20. Okay, mag ich auch spielen. Ich finde die Variante dahinter auch schön, dass man im Prinzip mit Kleinigkeiten auf dem bereits vorhandenen Spielplan noch was abändern kann, um ein bisschen Varianz reinzubringen. Zusätzlich zu dem, was man mit den Karten sowieso erreicht hat. Ja, man kann es zum Beispiel kleiner machen, das fällt, genau. Oder ich habe gesehen mittlerweile, da ist Skellic Games ja sehr lebend dabei. Man kann ja sagen, wo es gerade bei welchem Verlag ist. Skellic Games, die haben auf der Homepage da auch die Möglichkeit, dass sich da so PDFs runterlädt, womit man das Ganze nochmal ein bisschen variabel gestaltet, so einen Fluss einzeichen lässt durch einen Mitspieler oder sowas. Also, ja, schön. Ich habe ein Spiel auf Platz 20, das ist auch einer der Titel, die tatsächlich bei mir draufgerutscht sind, obwohl wir es nur einmal gespielt haben. Leider muss ich sagen, nur einmal gespielt haben. Die Rede ist von der Neuauflage von Trois erschienen bei Hoch oder Untertwelt. Wir haben es bisher leider einmal nur zu dritt gespielt. Ja. Ich hoffe immer noch darauf, dass wir es nochmal zu zweit versuchen können und auch mal wieder eine 3- oder 4-Runde auch mal hinkriegen. War ja ein Klassiker oder ist ein Klassiker in meinen Augen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass die Neuauflage da ist und auch grafisch, optisch eins zu eins erhalten geblieben ist. Es ist auch regelmäßig, äh, regeltechnisch, regeltechnisch quasi ja auch gleich geblieben. Es ist wirklich nur eins zu eins Neuauflage und darüber freue ich mich tierisch und möchte es gerne mal wieder zeitnah auf den Tisch kriegen, um es besser kennenzulernen. Ja, ist ein schöner Titel und ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, auch optisch, wir haben gerade über Grafikstil gesprochen, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Es wirkt grafisch, heutzutage vielleicht ein bisschen altbacken, auch die Covergestaltung. Es ist ein bisschen wie diese alten Kirchenfenster, so ein bisschen geil. Aber das ist passend zum Spiel. Aber es passt zum Spiel und deswegen finde ich das echt charmant, diese Optik. Ja, schöne Platzierung. Ja. Ja, dann kommen wir auf meinen 19. Platz. Wir haben es zusammen einmal gespielt nur. Ich habe es aber noch in einer anderen Gruppe gespielt. Konnte schon ein paar Eindrücke mehr sammeln. Konnte ich schon ein paar Eindrücke mehr sammeln, ja. Ist ein kleines Spiel, was eigentlich mich direkt vom Cover schon direkt gecatcht hatte. Und das Spielmaterial auch bis auf ein, zwei Mängel, die ich habe. Aber ansonsten finde ich das Material sehr schön. Die Rede ist von einem Worker-Placement-Spiel, ein kleines, schnell gespieltes Spiel. Und zwar Clockworkers. Okay. Ja, hat bei mir auf den 19. Platz geschafft. Warum? Wir haben so viele große, mächtige Spiele gespielt, wie du gerade schon gesagt hast. Das Tor ist auch ein sehr schönes Spiel. Was mir bei Clockworkers jetzt verhältnismäßig dazu sehr gut gefällt, ist einfach die Leichtigkeit, wie schnell es gespielt ist, wie schnell es erklärt ist. Man kann das Spiel mal eben so runterspielen mit vier Leuten. Und es ist schnell erklärt. Und es ist sehr auch einstiegsfreundlich. Aber auch jemand, der schon viel Spielerfahrung hat, hat trotzdem so ein bisschen Spaß daran. Kann sich sogar dadurch, dass man da wirklich da sich sein Reich aufbaut, man kann da wirklich viele schnelle Schachzüge machen. Und ich weiß noch, eine Partie, da war eine am Tisch, die Tanja, Schöne Grüße an dieser Stelle, eine Namensvetterin. Die hat sich da ihr Werk so aufgebaut. Die war da dran und hatte so viele kleine, ich sag mal Minions, die kleine Roboter. So viele, also es war schon Wahnsinn, was sie sich da aufgebaut hat. Also das Spiel macht Spaß. Und mir macht es auch am besten, gefällt mir das auch mit mehreren Leuten. Zu zweit finde ich es ein bisschen, ist es okay. Aber mit mehreren Leuten macht es mehr Spaß auf jeden Fall. Weil man sich ja auch gegenseitig was wegnimmt und so. Ist ein bisschen spannender, ein bisschen knackiger. Aber der Hauptgrund, warum ich es halt immer in meiner Liste eingepackt habe, ist es einfach, weil es schnell gespielt ist und schnell erklärt ist. Und leicht. Es ist was Leichtes. Und das war einfach für mich jetzt, wollte ich mit in meiner Liste haben. Okay. Ja, wir haben es, wie du sagst, nur einmal gespielt. Deswegen zu zweit haben wir es gespielt. Fand ich es ein bisschen, ja, leicht. Ein bisschen schönes Freitags- oder Feierabend in der Woche nach einem harten Arbeitstagsspiel. Aber irgendwas fehlte mir da gefühlt so ein bisschen. Deswegen, vielleicht kommt das immer ab drei Personen, wie du schon sagst. Genau. Also wir haben es zu viel sogar gespielt. Das fand ich dann gut besetzt. Deine 19 Clockwork-Op. Genau. Das klingt fair. Aber weißt du, was nicht fair ist? Nee. Anfair. Meine 19 ist nämlich Anfair. Okay. Kartenspiel, kennengelernt auf den Biwax-Tagen. Ja, ist ja schon in englischer Sprache schon ein paar Jahre alt. Aber umso mehr freut ich mich jetzt darüber, dass es eben halt jetzt auf Deutsch rausgekommen ist. Und was machen wir bei Anfair? Wir bauen mit Hilfe von Karten einen Freizeitpark auf. Auf der linken Seite haben wir dann Angestellte und ein paar andere Karten. Rechts um die eigentlich wichtigen Attraktionen, um die es geht. Und warum heißt das Spiel Anfair? Wir haben Ereigniskarten, mit denen wir uns gegenseitig teilweise richtig bitterböse schaden können. Ärgern können. Ärgern können. Ich erinnere mich an unsere erste Runde und deswegen ist es eine Partie bisher. Es ist bisher halt bei einer Partie auf den Biwax-Tagen gewesen, aber wir haben da mit mehreren Leuten gespielt. Und da war für mich das Spielgefühl, was mich so umgehauen hat, dieses Ding. Ja, hier kommt der Angestellte, der muss da unbedingt weg. Ich habe hier so einen Headhunter, ich ziehe mir den mal rüber. Und dann sagt derjenige, nee, 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 komm, der bleibt bei mir. Der ist resistent dagegen, hat sich mit der anderen Karte verteidigt. Und dann sitze ich daneben und freue mich als Dritter und sagt, nee, nee, guck mal, ich habe auch hier so einen Headhunter. Der kommt jetzt zu mir in den Freizeitpark. Also, ja, es ist ein Spiel, man muss Ärgern mögen. Das ist bitterböse. Es ist aber trotzdem schön gemacht mit der Kartengestaltung. Wir haben immer so ein bisschen Flavortext unten mit drunter. Und wenn ihr solche Spiele mögt, ein Kartenspiel mit verschiedenen Themendecks auch dabei, weil man kann auch die Decks eben halt zusammenstellen. Jeder Spiel nimmt sich einen Stapel. und man mischt die zusammen und dann geht es los. Wenn ihr das dann sagt, aber dieses bitterböse Ärgern, da kann nicht jeder am Tisch mit umgehen. Es gibt da so Regelkarten, die man mit einbringen kann. Da gibt es eine Karte bei, die heißt Weltfrieden. Dann darf man diese bitterbösen Ereigniskarten eben halt nicht gegen andere spielen, sondern höchstens, um sich selber einen kleinen Waff zu geben. Weil das Positive dabei an dieser Ereigniskarten sind immer zweiteilig. Oben steht immer was Gemeines gegen einen Spieler und drunter ist etwas für einen selbst. Also auch da hat der Verlag und der Autor sich da was einfallen lassen. Schönes Artwork, kleines, hübsch gemacht. Ich freue mich auf die Partien, denn es ist auch bei uns mittlerweile eingezogen. Ja, genau. Der 18. Platz. Bei mir ist die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Auch wieder ein Foto im Wald. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Meine Liste ist mehr in der Richtung heute unterwegs. Keine Ahnung. Wir haben es dreimal gespielt laut Liste und einmal habe ich es dann auch, oder zweimal habe ich es dann im Stream alleine gespielt, als Solo auch. Und ja, es ist auch ein Spiel, wo man sich gegenseitig, wenn man mit mehreren Leuten spielt, ärgern kann. Wo man halt quasi Wege einzeichnet, wo der andere, oder Hindernisse einzeichnet, nicht Wege, Hindernisse einzeichnet, wo der andere quasi vielleicht entlang möchte mit seinen Wegen. Und ja, das Spiel macht mir auch Spaß. Es ist ein schnell gespieltes Spiel. Es ist eins, was schnell erklärt ist wieder. Ich bin nicht wieder bei den schnell erklärten Spielen. Und es ist auch so ein Spiel, was man mal eben so als Zwischenspiel spielen kann. Also mir gefällt das Spiel. Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall bei uns im Regal bleibt und was ich auch jederzeit mitspielen würde. Ja, gefällt mir optisch auch gut. Wir haben es mit einem Freund gespielt, als der es mit uns gespielt hat, sagte sofort, jetzt fahre ich nach Hause und gucke mir direkt den Klassiker-Filmplatz an. Also schön, dass so ein Spiel auch sowas dann auch in einem hervorruft. Auch mal wieder so einen schönen klassischen Film nochmal dann thematisch dazu passen, auch nochmal sich anzuschauen. Also dadurch hat es bei uns dann durchaus funktioniert. Ja, meine Platz 18, die hattest du vorhin schon mal in deinen lohmenswerten Erwähnungen. Okay. Die Rede ist von Star Wars, Jabba's Palace. Okay. Weil tatsächlich, wie du schon mit Ausschweifenden der Kette, brauchen wir nicht nochmal darüber ansprechen. Ich habe diese Partie mit mehr Leuten, wo es nicht funktioniert, leider nicht erlebt. Gott sei Dank, leider, weiß ich noch nicht. Wir haben es bisher, wie du schon auch gesagt hast, zu viert gespielt bis zu vier Leuten. Und da hat es erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Und eigentlich habe ich die Erwartungshaltung an dem Spiel auch, dass es gerade mit mehreren Leuten funktioniert. Vorausgesetzt, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Egal welches Lawflatter-Spiel man nehmen würde. Dass es passieren kann, dass man vielleicht früh ausscheidet und ein bisschen warten muss, bis man da dran kommt. Ich denke mir aber auch da ist es so ein bisschen wie bei Werwölfe vom Düsterwald, was früher viel gespielt worden ist. Oder bei anderen Spielen mit einer Play-Elimination, mit Ausschein eines Spielers. Dass dann eben halt die Gruppe aber so da im Thema ist und so Bock drauf hat, dass das Spiel dann auch darüber hinaus einen abholt. So, ich denke zum Beispiel, du hast vorhin ja deine lumpenswerte Erwähnung gehabt, ja eben halt, wo ich sehr früh rausgefahren bin. Bei Dragon Quest zum Beispiel, da bin ich ja nach zwei Minuten ja wirklich draußen gewesen. Ja. Was mich nicht gestört hat, weil eben halt am Tisch die Leute so einen Spaß am Spiel hatten, dass ich mich davon habe mit reinziehen lassen. Und das funktioniert und habe ich eigentlich auch bisher bei unseren Partien eben halt hier von Star Wars, Star Wars Palace erlebt. Dass man so ein bisschen auch nicht nur eine Karte einfach ausspielt, sondern hier, ich habe die 15. Sondern dass man vielleicht auch so ein bisschen dazu was erzählt, ein bisschen das zelebriert. Und ich denke mir, ich bin durchaus eine Person, die lässt sich davon auch dann einnehmen. Und dann stört mich das auch nicht, dass ich vielleicht früh rausfalle. Ja, dann bin ich jetzt bei, wir sind jetzt bei Platz 17. Ja, den Platz 17, den hatte ich, vorhin hatte ich noch einen anderen Titel auf Platz 17. Den habe ich dann doch runtergekickt und habe mich dann doch umgeentschieden. Und ja, ich habe jetzt einen Titel, einen kleineren Titel drauf gemacht. Vorher war auf Platz 17, hatte ich vorher einen größeren Titel. Und jetzt ist stattdessen Wald der Wunder draufgekommen. Ja, wir haben Wald der Wunder, haben wir fünfmal gespielt. Und ist eigentlich ein Spiel, was wir, ja wir haben verschiedene Spielseiten, zwei Stück. Und die Schwierigkeit kann man auch dementsprechend halt quasi einstellen. Und was mir besonders Spaß an dem Spiel macht, klar, schnell erklärt, schnell gespielt. Das sind wieder diese Schnell-Schnell-Spiele, glaube ich gerade, glaube ich mal. Ich glaube mal, ich mache keine Top 20. Ich erkenne einen roten Faden. Ich habe da so einen Faden, das sind gerade so schnelle Spiele. Ja, aber das Spiel ist halt quasi, es ist tückischer als vermeint. Man denkt, ach ja, Alice-Spiel und so, Wald der Wunder sieht ja irgendwie so ganz süß aus. Ja, die grafische Gestaltung ist Alice im Wunderland. Alice im Wunderland, aber es ist wirklich, ja gut, Alice im Wunderland, wenn man überlegt, die böse Königin, die ist ja eigentlich gerade nett. Kopf ab, sage ich nur. Dementsprechend das Spiel kann auch böse sein. Man kann sich richtig ärgern, wenn man da ein falsches Plättchen hat, was einem da übrig bleibt. Finde ich schon, ja, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall leicht zugänglich und ich finde die Idee dahinter ganz schick, dass du eben halt diese verschiedenen Beutel hast mit den verschiedenen Formen, Plättchen, die du halt ausspielen musst. Genau. Und das ist im Prinzip, du immer, wenn du dran bist, dir einen Beutel aussuchst, zwei Teile rausnimmst, die ja natürlich die gleiche Form haben. Eins verpuzzelt du und das andere operierst du eben halt dann dem Mitspielenden. Ja, wobei es, wenn man es alleine spielt, muss ich ja sagen, ich habe es ja auch solo gespielt, also alleine spielen ist brutaler. Wenn ihr also solo spielt und das Spiel noch nicht solo gespielt habt und das beim Regal habt, guckt es euch mal an und spielt es solo. Also solo spielt es sich gemeiner, als wenn man mit mehreren Leuten spielt, weil halt da dementsprechend die Regeländerung ist und das ist halt einfach noch gemeiner. Gut, habe ich noch nicht gespielt, also nicht solo, aber zu zweit, ja, haben wir es, glaube ich, bisher immer gespielt und würde ich also abends nach Feierabend durchaus wieder mitspielen. Ja. Okay, meine 17 ist auch ein relativ kleines Schächtelchen. Ach, du hast auch noch etwas Kleines drauf? Ja, relativ. Ist eigentlich ein Klassiker, die Rede ist von Carcassonne. Allerdings gehe ich jetzt hier eher auf die neuen Twist, die nämlich die Neuheit mitbringt, Nebel über Carcassonne. Es ist nämlich in dem Fall ein kooperatives Spiel. Ja. Klassische Carcassonne-Box, die Größe, wer Carcassonne kennt, weiß, welche Schachtelgröße ich meine. Wir haben die gleichen Regeln wie bei normalen Carcassonne. Ich nehme ein Plättchen, lege es dann zentral in die Auslage, wo alle dann mit dran puzzeln. Aber hier der neue Twist dabei ist eben halt, dass wir kooperativ erstmal gegen Geister vorgehen müssen, weil wir haben noch ein bisschen Nebel dabei, wo Geisters bauen. Wir haben hübsche kleine Kampagnen, Anführungsstrichen, mit verschiedenen Zielen, die dann halt durchaus immer ein bisschen komplexer werden. Da kommen später noch Friedhöfe dazu oder Hunde dazu. Und es sind nicht die normalen Carcassonne-Meeples, sondern diese Carcassonne-Meeples haben so kleine Fackeln in der Hand, die dann später in einem anderen Spiel eine Bedeutung haben werden. Was mir hierbei gut gefällt, ist tatsächlich, dass es halt der kooperative Gedanke ist, anders als bei den anderen Carcassons. Und das Bonuspunkt, der mir hier gut gefällt, weswegen ich das mit in die Liste genommen habe, ist, dass es eben halt die Möglichkeit bietet, wenn man dann nicht mehr kooperativ spielen mag, kann man dann eben halt mit dem Grundspiel diese Standalone-Erweiterung reinmischen. Und dann funktioniert es halt gänzlich anders, weil dann irgendwo so ein bisschen diese Geister, wenn ich die in die Stadt oder in die Plättchengegend eines anderen Spielers lege, da vielleicht ein bisschen ärgern kann. Ja, dann kommen wir doch schon auf den 16. Platz. Da habe ich ein Spiel, was bei uns ziemlich spät erst eingezogen ist. Bei uns war es ein Mitbringsel-Spiel. Wir haben es vorher schon mal in der Runde gespielt gehabt und haben es dann irgendwann als Mitbringsel gekriegt. Und zwar Fantastische Reiche. Oh, da bin ich jetzt viel überrascht. Ja, bist du überrascht? Es ist ein Kartenspiel. Ich freue mich. Und mir gefällt das Spiel, klar, so ein Fantasy-Thema bin ich ja immer für zu haben. Was mir halt besonders gefällt bei dem Spiel ist halt, dass man halt wirklich, wenn man sich dann sein Deck quasi aufbaut, seine Karten, dass man hier und da Überraschungspunkte machen kann. Ja, oder auch nicht machen kann, wenn man die falschen Karten kriegt. Also ein Spiel auf jeden Fall, wo ich überrascht bin, dass es bei dir auf die Liste gekommen ist. Ja. Bei mir kann ich ruhig sagen, es ist nicht auf die Liste gekommen, weil wir es dafür leider zu wenig gespielt haben. Ich möchte es gerne wieder öfter spielen. Aber ja, ich mag das Spiel sehr, vor allem, weil es wirklich so einfach ist, dass du wirklich sagst, ich habe meine sieben Karten auf der Hand, ich ziehe eine Karte, ich lege eine Karte ab und gucke, dass ich dann meine kleine Handvoll Karten auf ein Optimum verbessern möchte. Genau. Und ja, da ist es tatsächlich auch bei uns so gewesen, dass wir es an dem Tag nach einer Partie nicht sein lassen haben, sondern wir haben gleich dann noch ein paar Partien hinterher gespielt. Und jetzt haben wir, wir sind ja bei diesem roten Faden, es ist ja wirklich wieder was Kleines gewesen, was ich jetzt gesagt habe. Mal schauen, was bei mir noch kommt, ne? Platz 16 sind wir dann jetzt, ne? Sind wir Platz 16, ja. Ja, ist bei mir nicht klein. Okay. Die Rede ist von Gutenberg. Okay. Gutenberg. Ja, 30er, 30er Schachtel, Workerplacer, historisches Thema, es geht um den Buchdruck. Schönes Material, so ein pfiffiger Twist unten noch mit Einstellrädern, wo wir dann so Zahnräder einsetzen können und unsere Aktion nochmal verbessern können. Wir müssen an Farben rankommen, die wir besorgen, um Buchdruckaufträge zu erfüllen von Persönlichkeiten. Schönes Material. Eigentlich alle parallel, jeder macht phasenweise so ein bisschen was mit, so dass also eigentlich gefühlt keine große Downtime da ist. Maximal, wenn einer dran ist, der seine Aufträge aussuchen muss. Also eigentlich ein sehr schönes Spiel, wo ich sogar auch schon gesehen habe, manche Spieler haben das dann auch ein bisschen aufgewertet, indem sie zum Beispiel nicht die Papptokens für die Farben genommen haben, sondern eben halt Holztokens in Tropfenform gefunden haben, um sich das damit ein bisschen aufzuwerten, weil diese Farbtropfen, die ziehst du aus dem Beutel raus. Und das ist der einzige kleine Kreditpunkt, den ich dran hätte, wenn ich im Beutel irgendwas rausdraften möchte, rausziehen möchte, dann sollten es nicht so kleine, fingernagelgroße Töpfchen sein. Habe ich kein Problem mit. Also da würde ich, da hätte ich gerne, glaube ich, wirklich Holz. Aber das ist jetzt ganz anderes Meckern. Also da meckere ich nicht, sondern das Spiel ist wirklich super schön, macht mir Spaß. Und da freue ich mich auch wieder auf weitere Partien. Ja, dann sind wir jetzt bei Platz 15. Und ich habe Platz 15, der rote Farben geht weiter, es ist wieder ein kleines Spiel. Okay. Ein kleines Stichspiel. Der eine oder andere weiß ja, wir spielen ja gerne Stichspiele. Du hattest ja heute auch schon eins auf deiner Liste. Nein, The Crew. Auch schön. Auch schön, ja. Ist ein Spiel, ja, was wir halt auch, wie oft haben wir es gespielt. Ja gut, wir haben es, ich habe jetzt hier einstehen, aber wir haben es nicht nur einmal gespielt. Irgendwie da war ja unsere Diskussion hier die Tage schon mit dem Tracken. Wie sollte man so ein Spiel tracken? Wir haben es natürlich öfters als einmal gespielt. Wir haben es mehrmals gespielt, aber halt hintereinander. Und Thorsten hat es, glaube ich, nur einmal gespielt. Für mich war das ein Durchlauf, natürlich. So, auf jeden Fall ist es ein Spiel, was wir auch schon in dem Jahr davor gespielt haben. Was mir halt sehr gut gefällt, weil es halt ein Stichspiel ist, aber halt dieses, man muss halt zusammen was erreichen. Und da guckt man sich an. Und am Anfang hat man immer gedacht, ja, weiß der nicht, wie ich denke und der weiß nicht, wie ich denke. Aber man spielt sich von Runde zu Runde, merkt man schon, dass das Team besser aufeinander abgestimmt ist. Man weiß, wie der andere denkt. Und es war aber am Anfang auch ein bisschen schwierig zu überlegen, ja, du darfst ja nicht gegen deine Mitspieler spielen. Da musste man ja anders spielen beim Stich. Also nicht, du willst ja nicht so viele Stiche machen. Du willst ja nur die richtigen Reihenfolgen machen, etc. Also es ist ein Spiel, was ich gerne wieder spiele und wo ich vorbehen will, wenn wir da mal irgendwann mal alle Kampagnen durch haben und dann das zweite Teil spielen. Genau, die Mission Tiefsee wartet ja bei uns noch. Genau. Das war dann jetzt deine... 15. 15. 15. Ja, irgendwie, was bei dir klein bleibt, wird bei mir gefühlt immer größer. Okay. Mein Platz 15, Wonderlands War. Okay. Ist ein Spiel, haben wir einmal gespielt und kennengelernt durch die Royal Pebbles, schöne Grüße an der Stelle. Ja. Wir haben es deswegen auch nicht hier, wir haben es auf Englisch gespielt. Und das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo es dann vielleicht für dich vor allem der Spielspaß ein bisschen gefühlt geschmillert ist, aufgrund dessen, dass man manchmal mit versteckten Informationen arbeitet. Und wenn die auf Englisch sind, es ist immer so ein bisschen doof, wenn man dann fragen muss, hier kannst du mir die Karte übersetzen und man weiß dann, was der andere für Karten auf der Hand hat. Ich weiß, es gibt mir beide Möglichkeiten, sich das auf Deutsch einzudeutschen. Irgendwie habe ich gesehen und gelesen und gehört. Ja, und es kommt, glaube ich, irgendwie in die deutsche Version oder nicht? Mal ja, mal heißt es mal, mal heißt es wieder nein. Also, aber so auch auf Englisch hat es mir auf jeden Fall in der Erstpartie so viel Spaß gemacht, dass ich sage, das ist meine 15. Freue mich gerne darauf, wenn die Pebbles uns vielleicht nochmal einladen, mit uns das nochmal zu spielen. Gerne, ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir uns das später selber irgendwann mal wieder anschaffen, weil ich will es doch gerne auch für uns zusammen machen. Hat ein schönes Cover, ja. Ja, nicht nur vom Cover her, es hat mich auch von der ganzen Art her begeistert. Erstmal das Optische, nicht nur die Covergestelle, sondern auch selber, wenn man dann mal das Spielbrett, das zentrale Brett sich anguckt, die Standys, wo die Charaktere drauf abgebildet sind. So dieser Grafikstil, finde ich es schön. Wir reden ja hier über Alice im Wunderland. Ja. Das zweite Spiel mit Alice im Wunderland Thema bei uns in den Listen, merke ich gerade. Ja. Stimmt, wie es so gut sagt. Was aber durchaus so ein bisschen verrückt erwachsener dahergekommen, glaube ich. Ja, verrückt, ja. Mit dem verrückten Hutmacher, ne? Ja, den natürlich ich gespielt habe und grandios. Ja, grandios. Brilliert habe, ich war wunderbar verrückt. Ja, ja, genau. Worum geht es? Tatsächlich, jeder hat einen Charakter. Wir haben so ein bisschen Drafting mit dabei, Worker Placement dabei. Erstmal einfach Worker Placement dabei. Wir gucken, dass wir uns Aktionen aussuchen damit. Wir sammeln dann halt Coins ein, so Papptokens, die in unseren Beutel kommen. Und daraus drafen wir dann letztens aus dem Beutel raus unsere Kampffigur, wenn es zu einem Kampf kommt. Denn es hat auch noch einen richtig schönen, interessanten Air-Control-Knopf mit dabei. Und ich habe da so Bock drauf, das nochmal zu spielen, auch wenn wir es nicht haben. Ja. Meine 15. Schöne Platzierung. Ja doch, 15. Ja, die Zeit verfliegt. Jetzt haben wir schon eine Stunde fast von Brettspielen geredet. Und wir haben uns entschieden, wir machen jetzt einmal hier einen Cut. Und es wird eine weitere Folge geben, wo wir dann halt über die nächsten Spiele sprechen. Bevor wir es vergessen, schreibt doch mal in die Kommentare, ob da irgendein Spiel bei ist, was euch auch begeistert hat. Oder ob das auch irgendein Spiel ist, was bei euch in eurer Top-Liste ist. Wir sind neugierig, also lasst die Tasten geliehen. Jetzt kennt ihr unsere ersten, ja, die 15 bis 20. Plus. Ja, plus die lobenswerte Erwähnung. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht, weil du 15 bis 20 gesagt hast. 20 bis 15 hätte ich jetzt erwartet. Ja genau, 20 bis 15. Genau, die kennt ihr jetzt. Und da kommen natürlich noch ein paar andere Spiele. Und was so kommt, das werden wir jetzt natürlich noch nicht spoilern. Sonst werdet ihr im nächsten Teil erfahren. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss.